Yo, ab geht's Oh, ich führe ne Mutti Ach, das ist er Ja, richtig gut verfehlt Ja, und jetzt ist er weg Ja, zwei Gegner sogar, Spinne und Meuchler Das ist nice Hm Läuft's, Mummy Ah, sehr gut Wäre echt blöd Die liegen zu lassen, ne? Ja Oh, hier gibt's auch so einen komischen Kasten Ja, ich kann nicht einsammeln Man hört auch wieder keinen Ball an Die sind bestimmt alle schön Stealth unterwegs Mhm Hier ist einer als Eisenbahn verkleidet Ja Oh, oh Hm Oh, hier hat noch einer Verbandkasten liegen lassen Oh, Entschuldigung Äh, Rana, Flex Hier ist, äh, kannst du keinen Verbandkasten hier nehmen? Ja, brauche ich nicht Ah, okay Das hat nicht so wehgetan Oh, die Spinne ist schon hier ich mache hier auf jeden fall ach scheiße jetzt heißt die granate vorsicht da ist ja das war nix aber gut dass sie so lange gebraucht hat zum zünder konning doch rechtzeitig weg sie brennt das schön die geht doch gerade richtig ab wieder aber nach lange ist natürlich der nachteil an seiner knarre wende so viel schuss hast bis die nachlähtner dann müssen wir zweimal schießen und danach lange als konziele wieder angelaufen ja 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 wir werden kunde ja also jemand ist draußen ja ich werde meine dynamit stange wenn die hier meine richtung kommt so ich werfe mal vorsicht oder selbst ich da was von abbekommen und wir haben sie erledigt du kannst sie ja verbannen ich vermine hier mal ein paar fenster ist eine munition falls du brauchst ist aber aufpassen dass auch ein fenster ich stelle vor das fenster meine falle sehr gut oh das tür aufgegangen oder warst du ich war das ok die nur zugemacht hier ist noch eine noch eine falle noch eine falle haben wir nicht ne ich suche auch schon ging es hier irgendwo hoch ne oder ach doch hier warte mal gehen wir kurz hoch hier kommt man direkt raus ich bin jetzt auf dem dach die ttttd 58 59 hast du das ja ich war das du bist ja auf dem dach ne genau ich komme noch mal runter weil da man sieht mich ja von allen seiten hier muss man auch echt aufpassen ich habe mich hier mal in die ecke die sprengladung hatte spinne auf jeden fall den rest gegeben so 88 89 jetzt kommen wir gleich in 90er bereich ich glaube hier rechts läuft einer hier die richtung läuft irgendwie rum ok mannach ist die tür zu ich habe mir schon mal genommen raus ich gucke mal hier ob es gegner gibt nirgendwo welche wir können raus ok hier gibt's muni alter mich immer froh sage ich dir weil ich habe ich gedacht da ist draußen herum gerannt kann natürlich sein dass wir noch auf jemand stoßen aber das wären sonst eine erfolgreiche runde hier vor uns ist auch keiner dann hauen wir ab würde ich sagen ja auf jeden fall ich verbrauche noch mal ein paar sachen oder sehr gut so ich habe nur drei sekunden vor uns sieht es immer noch gut aus ja aber scheiß wasser hier nur noch zwei sekunden wird ich gucke noch mal hier sieht bis jetzt wirklich sehr gut aus so meine sekunden ansichten sind vorbei und ein schwarm hinter mir reingelaufen ich hatte da was geworfen ach so fett munition jo prima jo scheiß vergiftung ja komm schon aber jetzt so bei dem punkt sehe ich keinen alter sind aber echt alle sehr leise unterwegs vielleicht haben wir es auch nur geschafft weil keiner da war das kann auch sein ich bin extraktion tier 321 jawoll super du hast überlebt und an einem anderen tag zu sterben der der e die